Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir beide Fifa gegeneinander. Viele haben sich das gewünscht. Fifarell, Lukas vs. Lass. Wenn ihr auch Lust auf Fifa habt, dann droppt doch mal so 10.000 Likes, dann wissen wir auch Bescheid, dass ihr da mehr wollt. Und keine Sorge, wir werden jetzt keine Let's Player, aber so ein bisschen zocken ab und zu geht immer. Ja, weil wir zocken auch freizeitmäßig ein bisschen. Aber wir müssen auch sagen, wir sind keine Fifa Pro. Also wir sind eher so Nubi. Das geht los. Alter, mit was spiele ich, Junge? Auch wenn ich jetzt von allen gehatet werde. Ich spiele eigentlich immer in der Saudi-Arabischen Liga, so weißt du? Ich spiele immer PSG wegen Ibar. Ihr wisst, Ibar-Kadabra. Bail. Ich bin's. Real Madrid so. Ich bin's. Bail. Ich bin's das. Bail. Ich meine, okay, ist halt ein bisschen unfair, weil du jeden Tag fünf Stunden Fifa zockst. Okay, zocken. Aber halt Fifa 12 oder so. Also Real Madrid. Santiago Bernabéu. PSG. Ibra. Mein Herzstück für Ibra. Let's do this. Wer fängt an? Ich hab Abschluss. Ich bin der Beste. Zack, Alter. Okay, okay. Erstmal ein Skill machen. Okay, okay. Komm, zack, Alter. Ja, der denkt, der denkt. Ich spiele erstmal defensiv. Wir fahren aus dem 0-0 jetzt nach Hause, Alter. Nein, stopp. Komm jetzt. Alles über Ronaldo. Hä? Hä? Da hat er ihn doch. Hä? Okay, komm nicht zum Ball. Das er kommt an den Ball. Hä? Was ist denn los? Das ist so ein dummes Hin und Her. Komm, Bail. Nein, nein. Oh, what's up. Da pack ich direkt das taktische aus. Jungen, da gibt's direkt Instant-Rote-Karte. Instant-Rot für mich, Leute. Ich mach direkt, Alter. Oh mein Gott. Christiano Ronaldo ist hier heute natürlich verantwortlich. Oh mein Gott. Wie war ein Kanzler? Du konntest einfach so durch. Ha! Kommt ja nicht. Hose. Jawoll! Lauf, lauf, lauf. Ich hab eigentlich gedacht, ich hätte mehr gedrungen. Oh mein Gott. Ey, was ist... Ronaldo, was bist du für ein Stück? Oh Gott. Oh, er bleibt einfach da hängen, Alter. Da krieg ich Hass, Alter. Mahaa! Ibrah. Oh, Ibrah, dreh dich doch schneller. Nein! Hör auf, der mich da einfach um! Körpereinsatz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Kommst du schon ran? Oh shit, Alter. Ich hasse das so, weil er es so hinten so zumachen muss. Oh mein Gott. Oh, Alter, warum schrieg Ibra eigentlich auch hier, Alter? Mann! Jawoll! Nein! 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 Oh mein Gott! Mann! Was? 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 Sorry. Du hast meinen Spieler gekauft. Guck dir, das müsstest du uns nochmal angucken. Ja, aber der Ball war irgendwie bei dir und dann hab ich den Tock gewöhnt. Ich hab meinen Spieler. Er hat einfach jetzt zu dir gepasst. Richtig edel. Das war der perfekte Pass. Das war echt richtig nice von dir. Kein Ding, Mann. Kein Ding. Nein. Oh shit. Oh shit. Der ist einfach gut, Alter. Der ist fucking gut. Wir pölen ihn einfach nach vorne und komm jetzt die perfekte... Nein. Trapp hast du. Ha! Alter Feiler, ey. Es ist noch Zeit. Alles gut, Leute. Alles gut, Jungs. Was? 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 Was ist hier? Hey, hol die Übermacht. Scheiß! Boah, ich bin drin! Scheiße! Was? Ah, Mann! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das? Ronaldo hat auch nichts gemacht. Ich hab ihm Auftrag gegeben. Dann wechsel ich eigentlich nicht die Seite. Nein! Zum Glück noch das Tackle. Willst du mich fahren? Ah, der Gegenkolleg ist das so. Halt's! Hau raus! Direkt! Nimm die Volley! Okay. Oh! Boah! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn komplett vibriert? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach du Scheiße, das geht so hoch. Fuck! Fuck! Nein! Alter, der kommt auch noch durch. Das ist ja unglaublich. Oh Gott! Wieso springt der denn da noch raus dann? Wieso geht der denn dahin? Der war einfach aus gewesen. Was ist denn los mit ihm? Komm, komm! Komm, komm, komm! Nein, nein, nein! Geh nicht! Boah! Scheiße, Mann! Und zurück. Na ja. Und wieder rein. Boah! Fuck! Der springt einfach! Schieß einfach! Wo ist der? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der wurde da angeschossen! Oh mein Gott! Oh! Oh, da habe ich schon eine Verwarnung bekommen. Jawohl! Scheiße! Komm schon. Fünf Mann Mauer, komm schon. Komm schon, komm schon. Was ist das denn? Jetzt habe ich Lukas dabei. Lukas! Was? Jawohl! Jawohl! Ich habe ihn alle verkastet. Komm, Isco, du bist neu, du bist frisch, Alter! Nimm es einfach mit allen auf! Wir sind hier noch zu spielen. Wir sind hier noch zu spielen. Wir sind hier noch zu spielen. Wir sind jetzt gefährlich. Alter, doch. Alle hin. Komm! Oh Mann! Oh mein Gott! Ich habe so einen Lack, Alter! Ich habe so einen Lack, Alter! Ja? Ja, du hast Glück, dass ich so scheiße bin! Ey, spiel doch schneller! Ey, er kommt einfach... Tor! Ja! 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 Fuck, Mann! Ey, es gibt so eine Verlängerung. Ich sage es dir halt. Wo ist denn? Ich sage es, Kopfhörer! Du, ich hatte doch da schon fast den Ball und dann kommt der schon zum Glück. Mann! Isco, du geile Sau! Isco, 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 isco! Und jetzt wird es schon direkt wieder... Boah! Ramos, Ramos! Ich liebe dich! Oh, viel zu weit, Alter! Alter! Bin ich dumm, oder was? Was geht's? Ne, Triss! Ich dachte, sowas passiert. Verlängerung! Verlängerung! Hin, 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 hin! Torwartung! Okay! Fuck! Elmer! Ey, Junge, Elmer schießen! Ich kann kein Elmer schießen, Mann! Oh mein Gott! Scheiße! Fuck! Nein! Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, Mann! Fuck, Junge! Oh mein Gott! Ey, ist das... Pfff! Was?! Ich bin so in Ordnung! Ey, ich weiß nicht, wie das hier geht, Mann! Ich weiß nie, wie das hier ist! Ich habe keinen Fall! Ich weiß nicht, wie das hier ist! Komm! Du bist aber schön angespannt! Oh Gott, Herr! Warum geh ich da unten? Ich muss treppen. Isco. Ich muss halten. Fuck, ich muss 10 Elbe halten. Das ist so knapp, Mann. Warte, warte. Das geht immer rechts unten. Nein! Rückwärtsalto. Luke! Das war so ein fucking Spiel, Alter. Das war richtig lucky, ey, was schießen, Alter. Das war's für unser FIFA-Gameplay heute. Fuck, Mann! Wie gesagt, wenn ihr Bock auf mehr habt, drop diesen fucking Like hier, dann wisst ihr Bescheid. Ich war schon richtig am sweaten, Alter. Die 87. haut mir einfach noch das Unentschieden auf. War ein nicest Match an sich. Haut rein, Freunde. Hättest du mir das Tor nicht geschenkt, hättest du gewonnen, Alter. Ich geh scheiße, ey. Was?